Lektion 113 Zur Wiederholung am Morgen und am Abend Ich bin ein Selbst vereint mit meinem Schöpfer. Gelassenheit ist mein und vollkommener Frieden, weil ich ein Selbst bin, völlig ganz und eins. Mit der gesamten Schöpfung und mit Gott. Mit der gesamten Schöpfung und mit Gott. Mit der gesamten Schöpfung und mit Gott. Mit der gesamte Schöpfung und mit Gott. Mit der gesamte Schöpfung und mit Gott. Mit der gesamten Schöpfung und mit Gott. Mit der gesamten Schöpfung und mit Gott. Erlösung kommt von meinem einen Selbst. Aus meinem einen Selbst, dessen Erkenntnis immer noch in meinem Geiste weilt. Sehe ich Gottes vollkommenen Plan. mich zu erlösen als vollkommen erfüllt. Mit der gesamten Schöpfung und mit Gott. Mit Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.